Hallo und schön, dass du da bist. In diesem Video berechne ich gemeinsam mit dir, welche Kaufkraft 10.000 Euro noch nach 5 Jahren Inflation mit 10% haben. Von einer Inflation spricht man ja allgemein, wenn die Preise steigen und das Geld an Wert verliert. Vor 100 Jahren, also 1923, gab es beispielsweise eine sehr starke Inflation. Im September 1923 musste man beispielsweise für ein Kilogramm Brot 5 Millionen Mark bezahlen. Die Kaufkraft des Geldes hatte damals also aufgrund der Inflation extrem nachgelassen. Um nun auszurechnen, welche Kaufkraft 10.000 Euro noch nach 5 Jahren Inflation mit 10% haben, könntest du dir ja in einer tabellarischen Übersicht von deinen 10.000 Euro Kaufkraft Jahr für Jahr 10% wegrechnen. 10% von 10.000 Euro sind 1.000 Euro. Um dies auszurechnen, muss ich mir ja nur die letzte Null bei der 10.000 wegdenken. Und damit hätte dein Geld nach einem Jahr noch eine Kaufkraft von 10.000 minus 1.000 Euro, also 9.000 Euro. Zur Wertberechnung nach 2 Jahren, müsstest du dann aber die 9.000 Euro aus dem Vorjahr als Startwert nehmen. Und davon dann wiederum 10% abziehen. 10% von 9.000 sind 1.000 wegnehmen, also 900 Euro. Und so bleiben dir nach 2 Jahren 9.000 minus 900, also 8.000 und 100 Euro Kaufkraft übrig. Auf die gleiche Art und Weise müsstest du jetzt Jahr für Jahr vorgehen und Schritt für Schritt immer wieder 10% von einem sich verringernden Ausgangswert abziehen. Und so würdest du nach einer etwas längeren Rechenarbeit dann natürlich auch auf ein Ergebnis kommen, nämlich dass nach 5 Jahren Inflation mit 10% 10.000 Euro nur noch eine Kaufkraft von 5.904,90 Euro haben. Das Ganze geht aber natürlich auch einfacher und schneller. Pass auf! Dazu nimmst du einfach die 10.000 Euro, die du zu Beginn hast und rechnest dir aus, wie viele 90% hiervon sind, indem du 10.000 mal 0,9 rechnest. Denn 90% sind ja nichts anderes als 90 von 100 und das sind 0,90. Und damit hast du dann deinen Startwert nach einem Jahr, von dem du wiederum 90% ausrechnest, indem du ihn mal 0,9 nimmst. Und diese 10.000 mal 0,9 mal 0,9 entsprechen dann der Kaufkraft, also dem Startwert, nach zwei Jahren, was wiederum mit 0,9 mal genommen werden muss. Die schnelle Variante hiervon ist dann die 10.000 Euro Startkapital mit dem Faktor von 0,9 wegen der 90% hoch 5 wegen der 5 Jahre zu nehmen. Und auf diese Art und Weise kommst du dann genauso auf die 5.904,90 Euro, welche wir vorhin bereits in der stufenweisen Übersicht ausgerechnet haben. Ich hoffe, mein Video hätte weitergeholfen und drücke die Daumen, dass uns eine Hyperinflation wie 1923 erspart bleibt. Vielleicht hilft dir auch noch das eingeblendete Video von mir weiter. Bis bald!